Die hier zur Aufstellung gelangende mobile Einheit enthält eine Rundbiegemaschine für Stehfalzelemente aus verschiedenen Materialien, vor allem auch Stahlblech. Sie ist für den Einsatz vor Ort konzipiert und in kürzester Zeit betriebsbereit gemacht. Die erforderliche komplexe Technologie wurde von Zeman Bauelemente gestützt auf langjährige einschlägige Erfahrungen neu entwickelt. Den Biegevorgang besorgen mehrere Rollensätze, die auf Wunsch so justierbar ausgelegt werden, dass mit ein und derselben Maschine Elemente unterschiedlicher Deckbreiten und Bauhöhen verarbeitet werden können. Überdies ist es möglich, in einem Durchlauf bis zu drei verschiedene Biegeradien auszuformen. Bei der gezeigten Anlage wurde ausdrücklich darauf Wert gelegt, dass sie vollkommen energieautark ist. Zu diesem Zweck ist sie mit einem eigenen Stromaggregat ausgestattet und daher auch auf Baustellen ohne Energieversorgung einsetzbar. Die Anlieferung der Dachtafeln in ebener Form spart Transportvolumen und der Biegevorgang an der Baustelle spart Lagerkapazitäten. So können auch große Dachflächen in kurzer Zeit und alles in allem sehr wirtschaftlich fertig verlegt werden. In der baupraktischen Anwendung werden die stehenden Randaufkantungen der so erzeugten, gekrümmten Dach-Elemente mit selbstfahrenden Falzmaschinen auf schonende und zuverlässige Weise dicht miteinander verbunden. Damit erhält man eine besondere Dachausbildungsform, die aufgrund ihrer hohen Wirtschaftlichkeit immer mehr an Marktbedeutung dazugewinnt. Die Dachausbildungsform, die aufgrund ihrer Dachausbildungsform, Die Dachausbildungsform, die aufgrund ihrer Dachausbildung ist, das sind die Dachausbildungsform. for standing seam panels of different materials, predominantly steel sheet elements. It has been designed for use on site and is operational in no time. Building on the long-standing experience in this field, Zeman Bau Elemente newly developed the required advanced technology. The bending process is carried out by several sets of rollers that may, on request, be adjusted to facilitate processing elements of different covering widths and depths by one machine only. Furthermore, it is possible to create up to three different bending radii in one process. When designing this machine, we placed great importance on its complete self-sufficiency in energy. It is equipped with a generator and can therefore also be used at building sites without energy supply. Delivering straight roof panels reduces freight volume and bending on site helps safe storage capacity. Thus, even large roof areas can be covered quickly and truly economically. In practical application, the standing edge upturns of the curved roof elements produced on site are firmly and reliably, but yet gently connected by self-propelled folding machines. The result is a special roof form whose high economic efficiency greatly contributes to its increasing significance in the market. our full racingvan destiny. The new unit is another set of the maintenance of theingenik Untertitelung. BR 2018